Hallo mein Lieben Dudes und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft TTT oder TTT Minecraft auf den GOM-Hadi-Server. Heute mal wieder mit dabei ist hier ins Laute. Hallo. Hallo. Hi. So, heute spielen wir auf der Map. Wie heißt die Map? Steht nicht da. No Name. No Name City, glaube ich. Oh, er hat keinen Namen, die Stadt hier. Okay, gut. Ich bin No Name City und ja, wir haben gerade eben noch so ein paar Runden gespielt. Ich war Traitor, sie war Traitor, so ein bisschen Random Kills. Das Übliche halt, ne Leute? Das Übliche bitte zu mitnehmen. Danke. Ich hasse Random Killer, wo ich selber immer mache. Gut, äh, das nennt man Beispielhaft. Beispielhaft? Ja. Vorbild, meinst du? Ja, so Beispielhaft. Beispielhaft. Bestes Adjektiv, Junge. Beispielhaft. Hoffbefehl. Inno. Hoffbefehl. Inno. What? Er greift sich an. Du Hohnsohn. Penner. Und du? Er fisset nicht. Scheiß Penner. Kannst mich mal im Arsch lecken. Schieß ihn ab. Ja, mach ich. Er war Inno. Was soll der Scheiß? So, sowas versteckt wieder nicht, Laura. Wie jemand so dumm sein kann und einfach mich angreift. Hat er eh keine Chance. Oder? Du bist so ein Boss, Alter. Ja, das war richtig. Ist ja wie so, als hätte ich die letzten drei Runden SG gewonnen. Nein, also pfff, das ist lächerlich. Nein. Nein, Spaß. Ich feiere die Versammlung gerade echt hart. Versammlung. Düdü. Ey. Du Penner. Ah, Mann. Penner. Mann, ich werde einfach gerandom killed. Wozu? Mann. Zwar war ich jetzt Inno, aber trotzdem. Der hat mich so blöd... Was? Laura. Scheiß Traitor. Hätte ich random killen sollen. Hättest du verdient. Toll, wir haben alle drei einfach einen Detective getötet. Wir standen einfach alle drei da. Als ich gerade gesagt habe, ich feiere diese Versammlung, standen drei Traitor da und haben Detective getötet. Hä? Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich war einfach im Tester. Hä, wirklich? Ich war direkt davor. Hä? Null. Also so, auf der Straße davor. Gut, dann gehen wir in die nächste Runde. Und ja, ähm. Ich nehme auch auf, glaube ich. Okay, also drei, zwei, eins. Ja. Hallo Leute. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder TTT mit dem lieben EnderDudeRP. Hallo. Hallo. Und zwar wird der liebe Louis wahrscheinlich jetzt mal öfter in meinen Videos sein, da ich, da wir zur Zeit sehr viel spielen und, also zusammen spielen. und die auch in dieser Klasse sind und so. Und, ja gut. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Ich hatte eigentlich so ein paar Fails. Und zwar, ähm, habe ich die letzten drei Runden von SG, die wir gespielt haben, hintereinander gewonnen. Und, ähm. Ja, das war ein bisschen stressig, weil ich mir dachte, ja gut, hab mich aufgenommen. Und immer wenn ich so auf... Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn man aufnimmt, ist man irgendwie schlechter, als wenn man nicht aufnimmt. Und, ja, das war ziemlich belastend. Und was mach ich denn da? Bist du? Und, ja. Deshalb hat mich das ziemlich geärgert, aber hat mich dann am Ende nicht gejuckt, weil es geht ja auch um den Spaß am Spielen und nicht nur darum, alles aufzunehmen. Und, ja. Ja gut, ne? Wir sind Inno. Äh, ich bin Detective und ich weiß genau, dass du Traitor bist, du kleiner Penner. Tschüss. Ich? Ja, ne, aber Inno. Hupsi. Ich bin Detective. Äh, ich geh grad Leuchte hoch. Oh, wir sind halt auch noch vorgeilaufen. Ähm. Warte. Töte ich mal. Was geht denn? Ja, der, der da grad hochläuft. Ich bin grad zu weit. Ja, ja, okay. Um die zu random killen. Das ist richtig scheiße, wenn man random killt. Aber wir sind selber, weil wir es können. Aber, Leute, ich finde es einfach selber, dass es sonst keinen Spaß macht. Also, wenn ich so am Mittler jemanden hinterher renne, könnte der vielleicht... Könnte der Traitor sein oder sowas? Ich hasse sowas irgendwie. Ich finde es irgendwie langweilig. Deshalb... Werden im kill ich. Aber halt... Traitor getötet. Traitor getötet. Weil, keine Ahnung, also doch, ich spiel sonst auch TTT, aber ich bin... Keine Ahnung. Ich spiel halt mehr SG. Ja. Als... Als TTT und deshalb... Also, falls ich mal TTT spiele, bin ich eigentlich besser zum Traitor gewesen. So. Komm, heben, füll dich auf. Nein. Also, mein Lieben Dudes. Das war's für heute. Ich hoffe es es zu fallen. Wenn ja, könnt ihr auch gerne eine Bewertung da lassen. Äh... Nein. Nein, wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, könnt ich mich auch gerne abonnieren. Mich gerne auch abonnieren und so weiter und so fort. Die Abonnenten von Laura können mich auch abonnieren. Wenn nicht, dann trotzdem. Und immer die gleiche Scheiße. Gut, Leute. Ciao.